Schon einmal hier oder ist es das erste Mal, dass du das Festival besuchst? Das ist das erste Mal. Und wie bist du hier auf die Veranstaltung aufmerksam geworden? Das war gut. Ich habe es von Facebook gesehen. Wie hat dir denn der Film, der vorhin gezeigt wurde, gefallen? Das war gut. Ich wollte das in Irak sehen, aber ich konnte es nicht. Ich bin glücklich hier gekommen. Das war ein bisschen traurig und es war so viele saure Geschichten. Aber die romantische Geschichte, das war gut und ich finde das gut. Hat dir irgendwas an dem Film nicht gefallen, was du vielleicht anders gemacht hättest als Regisseur? Das war sehr traurig. So viel Trau. Und am Ende war alles sehr traurig geendet. Kanntest du die Schauspieler schon vorher? Sind das bekannte Gesichter in dem Genre? Die Schauspielerin, die ich kenne und ich habe so viele Filme von sie gesehen. Aber die Schauspieler, die Hauptschauspieler, das war die erste Filme, die sie gespielt hat. Und ich habe mich dieser Filme kennengelernt. Ja, er war sehr gut. Ja, sehr gut gespielt. Warum hast du dich denn genau für diesen Film entschieden und nicht für den davor oder andere Filme von dem Festival? Ich würde auch die nächste sehen. Ich habe gehört, dass die sind... Ich mag die Schauspielerin. Ich würde das sehen. Also würdest du, wenn das Festival nochmal stattfinden würde, in einem anderen Jahr nochmal wiederkommen und es auch deinen Freunden weiterempfehlen? Ja, genau. Ja, ich würde. Das war super gut. Weil die sind die Filme, die ich nicht in anderen Plattformen sehen kann. Das ist gut, dass ich hier das machen kann. Denkst du, dass hier die Veranstaltung auch so den Austausch, die Kommunikation zwischen den Besuchern stärkt? Oder denkst du, dass jeder in seiner Gruppe mit seinen Freunden bleibt? Nein, das ist gut. Die Leute können miteinander gut unterhalten, das ist gut. Ja.